When is the last word? Ja, ja. Ich kann auf jeden Fall nix equippen. Was mich übrigens auch behüben, wie sie macht, auch Passagen und Spielen mit begrenzten Sauerstoff, wenn ich nicht weiß, wie lang es noch geht. Ja, finde ich auch sehr unangenehm. Sehr beklemmend. Was? Was jetzt passiert? Was der Fick? Ich bin, äh... Draußen. Ich auch. Ey. Warte mal kurz. Jetzt, wo wir das Ding noch haben... Lass mal... Ich glaube, wir behalten das, du. Lass mal Richtung Land schwimmen. Wir hatten doch unseren... Ähm... Wir hatten doch hier irgendwo... Ich muss mal an Land kurz, um mich zu orientieren. Hier war doch irgendwo... Ach, da steht noch mal so ein Typ. Den können wir, glaube ich, auch erwischen. Ähm... Hier war doch irgendwo unser Freund Hubschrauber. Meinst du, das ist... Oh ja, stimmt. Da könnten wir jetzt auch hin, ne? Ja. Aber jetzt warte mal. Aber wir haben auch noch, äh... In der Hülle... Oh, da kommt was... Ach ne, Calvin ist das. In der Hülle, wo wir gerade waren, haben wir auch noch den rechten Weg, ne? Ja, den müssen wir jetzt auch noch gehen. Aber dann würde ich oben rum lang gehen, ehrlicherweise. Äh... Ja, ich möchte jetzt uns noch mal runter tauchen. Nee... Ich weiß vor allem nicht, ob sich das auffüllt. Ich nehme mal an, dass nein, ne? Ja... So weit ist das. Vielleicht glaubts auch weniger, weil, äh... Es... Ah ja, hier, man kann ihn unequippen, den Rebriefer. Das werde ich jetzt mal tun. Ja. Okay. Ja, weil wir haben doch vorhin Sauerstoffflaschen gefunden. Wahrscheinlich... Mhm. Ist das eine knappe Dessource. Aber jetzt sollten wir ja wenigstens am Anfang keine... Müssen keine mehr sein. Okay, rein. Ich fühle mich auf jeden Fall mit den Fackeln und so weiter. Und der Rüstung fühle ich mich ein bisschen besser equipped einfach. Oh ja. Das macht, gibt mir so ein bisschen die Ruhe. Ein bisschen. Also die Rüstung jetzt bei mir weniger, weil die halt doch eher so eine lächerliche Haltbarkeit hat. Ja, die Rüstung ist blöd, ne? Also das ist... Das ist... Das ist es noch nicht. Ist eher fürs Gefühl, ne? Aber... Die Fiegel war eine Weltidee, von dem auch immer das im Chat war, der uns das gesagt hat. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal hier. Ach so, bisschen wieder mehr. Okay. Ich glaube nicht, dass die alle... Ähm... Gerespawned sind. Aber man kann nie wissen, ne? Also ich glaube es auch nicht. Es würde mich echt wundern. Aber... Genau wie du sagst. Das... Ähm... Ne. Ne, ne, ne. Und hier war der Weg, den wir... Den wir nach rechts gehen wollten. Ähm... Wie kann man das eigentlich anequipfen? Mal... Wie tauch raus ist. Der ist ganz rechts in deinem Inventar. Und dann kannst du, wenn du lieber bist, halt... Ja. Sehr geil. Okay, da... Hier geht's weiter. Und hier ist der... Hier ist der Weg, wo wir glaube ich beim letzten Mal richtig Action hatten. Oh ja, ich erinnere mich. Ungern, aber ich erinnere mich. Und zwar irgendwo da kam das, glaube ich dann. Hörst du das? Nee. Ich hör da was. Ich hör nichts. Musik oder sowas. Ganz leise. Ja doch, jetzt hör ich's auch. Und da kam die jetzt. Da vorne war das. So. Irgendwo hier war das. Ja, das war die Stelle, wo ich versucht habe, einen Baumstamm ins Gesicht zu greifen. Ja, 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 ja. War das hier? Ja, 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 hier war das. Wow! 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 Deine Mama! Deine Mama! So nicht! Vorsicht, da kommt einer! Keiner, weil ich weiß, ich bin in den Geburts an der Stelle, wo es enger wird, abpassen. Ja. Das sollte so ein bisschen besser zu verteidigen sein und er kann einem nicht in den Lücken fallen. Vorsicht! Machst du gut, Tavis, das machst du, bist bester Mann. Warte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der lebt noch, der lebt noch! Ja, der lebt noch! Wow! Jetzt lebt er nicht mehr, der Holzmehl. Oh, meine Güte, ey! Die futtern ganz schön Pfeile, du! Und Nerven! Versuch mal, erst die Pfeile rauszunehmen. Kannst du den schon mal looten? Äh, ja. Gleich anziehen am besten. Ja, bei mir ist die Rüstung auch schon wieder weg nach dem Kampf. Ja gut, du hast viel offensiver gekämpft. Ich war oben mit dem Bogen gestanden und habe versucht draufzuholzen. Genauso war es ja gedacht. Ja. Aber ich kann ihn jetzt nicht mehr looten. Ich dürfte, das kann immer nur einer, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Rüstung gerade für mich wichtiger ist. Ja, absolut. Absolut. So, ich habe gerade eben Tabletten genommen. Äh, das möchte ich mal kurz ein bisschen packen. Okay. Puh, ich habe mich auch erschrocken, ey. Ich bin ja dann sofort zurückgelaufen, ja. Aber der kam auch, der stand auch so, dass man sich erschreckt, ne? Also der, der war ja genau hinter der, hinter der Kante gestanden. Das war dumm unabsichtlich von dem, die wir machen, das wollten wir nicht so. Ihr müsst gleichzeitig auf den, ach so, wir müssen gleichzeitig den looten, dann können wir beide, oder was? Gut zu wissen. Aber das ist ja dann irgendwie auch ein bisschen ausnutzen, ne? Ja, das kann man aber, glaube ich, an der Stelle mal machen. Ja, ich glaube auch. Wir sind, wir sind, wir sind jetzt nicht die Geübten. Okay. Ich denke mal, jetzt kommt mit Sicherheit nochmal so ein Kampf wie vorhin, ne? Ja, sowas mit vier, fünf von dem blöden Mistviechern. Ich höre irgendwas. Ja, ich höre auch. Da kommt einer! Oh ja. Ich seh' ihn. Ich mach' dich Igel! Ich hab' noch geblockt. Ich bin tot. Nein, echt? Ja. Und wieder. Ja. Er ist hin. Ich steh' dich auf. Und dann lass' ihn uns gemeinsam. Ja, ja. Ich zieh' grad' nur die Pfeile raus aus ihm. Mach' das schon mal. Ja. Okay. da bin ich bei dir. Absolut. Ich bin soweit. Ich bin soweit, let's go. Zerleg' ihn! Zerleg' ihn! Zerleg' ihn! Ich glaub' er hat ordentlich was abbekommen. Der Große, der Große ist auf dem Weg. Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho dann würde ich sagen der wo du bist die noten heute kurz da wo ich stehe welcher ist das sind zwei übereinander er der weiter in der höhle dann ist okay der große ok 321 ich habe eins das war der falsche nein so jetzt warte mal jetzt mehrere dinge erstens ich nehme wieder tabletten ich brauche echt nach jedem weg feit welcher ist und dann bleib mal stehen dann gebe ich dir feine ja sehr gut sehr gut warum kann ich da in den wuchs nicht jetzt ja ich sehe es das ist sehr wichtig jetzt habe ich zu viele jetzt kann ich nicht mehr aufnehmen die schmeißt du gerade auf den boden brauchst du irgendwie tabletten oder irgendwas bist du irgendwo leer ich habe gar keine tabletten kann ich dir geben müsste eigentlich gehen wenn du auf meinen rücken gehst und dann benutzen ich habe jetzt eine habe ich noch ich habe die anderen bekommen super vielen dank brauchst du noch eine granate ich glaube ich könnte damit nicht umgehen das risiko dass ich dich wegschließe wäre erheblich kürzer als dass es werden bei den fangen geht ok ich muss ich esse jetzt mal ganz kurz ein fleisch an ihr warte weil das gebe ich dir jetzt gerade wir haben doch ein db heute normalen energy zwinklern wenn ich doch lustig aber ich brauche jetzt erst mal ein schnitzel weißt du das hilft ja nichts aber warte mal ich habe ich habe auch noch eine gesundheits misch mischung habe ich noch dabei okay ich wäre ready wieder also bei mir ist alles gut soweit ich muss noch die rüstung von gerade eben anlegen das wird ja nicht schnitzel für alle ja genau so ok rein da da steckt ein pfeil von mir da stecken nur mehrere pfeile ich kann ihn nun nicht mehr nehmen die ganze wand ist durchlöchert irgendwas ist vor uns die pfeile habe ich an irgendwas ist vor uns ich habe irgendwas irgendwas atmen hören da kommt doch jetzt bestimmt irgendeiner erzähl doch keine geschichten oder service da ist einer vorsicht am boden am boden ja vorsicht ich erstehe gerade auf mindestens zwei ok vorsicht kommen kommt zurück in den engen gang können wir nicht zu zweit sind viele es sind ganz viele trotzdem aus dem engen gang raus ich habe noch rüstung vorsicht habe es hier wird liegen geblieben verdammte scheiße nämlich john rambo ich habe meine ganze rüstung zwar verloren aber es sah ganz gut aus es ging schnell so pass auf jetzt hier er hier oder der hier der spreizere ich drei zwei eins so der prügelzwerg ja auf dem schulhof ging das so so ich würde von den beiden jonas brothers hier die den linken nehmen also der der mitte liegt der der mit dem bein auf dem anderen drauf liegt also der mit dem bein zu uns zeigt der ab genau der linke der mit dem kopf zu mir zeigt ja 1 so jetzt den anderen der hier da kommt noch was da vorsichter kommt einer ich sehe es raus aus dem gang er hat mich habe ich habe ich habe ihn weg gekickt gehe immer zurück immer ein stück zurück zu haben es wenn man zwei tipp sucht einfach den brennenden leichen folgen ich sehe das licht ich sehe das licht ich habe mir mal ganz kurz meine tablette rein ich habe ihn jedoch irgendwo das bestimmt hier unten runtergerutscht oder ich bin sie nicht mehr ist weg lost in space man gemein wo sind jetzt der rest von denen ab hier ist er ist hier wenn du zu mir kommst naja und die nacht der brennenden leichen übelst einfach so gleich die rüstung an das muss man wirklich sagen mittlerweile gehen wir da deutlich konstant also wir kommen dann durch die kämpfe besser durch wenn du keine rüstung hast bist du instant tot also ein schlag ist eine rüstung die der weg macht oder ganzen lebensbalken wo sind jetzt die anderen ich sollte was trinken jahren schluck dringend eine kleine dose vielleicht schöne brause und erst mal die umwelt versauen hier ach gott so wo sind die jetzt jetzt wieder die musik habe es ich habe es bei mir alles ein bisschen leise gedreht damit zu kein echo kriegst ja deswegen wir waren auch da vorne oder hier ist noch was hier ist gut munition aber jetzt möchte ich musik ja oder das ist kein gutes zeichen lassen sich bitte sagt nicht dass irgendeiner von den zombies hier von den mutanten walkman gefressen hat von irgendeinem mit zudem über zombie kommt ich habe keine fackeln mehr ich habe noch welche soll ich denn noch welche geben ich halte wache ich halte wache wie zum henker kommt das dahin ich habe keine ahnung wofür man es braucht neue anleitung im inventar verfügbar war der kurz wo ist das ding da damit können wir eine zeitbombe oder tech rüstung bauen tech rüstung klingt für mich nach einem verdammt guten plan ehrlicherweise wenn die dann mit ein bisschen glück haltbarer und vielleicht reparierbar ist ja ich denke die wird einfach nur eine andere rüstungsform sein vielleicht ein bisschen zwei schläge abhalten oder irgendwie so hier kommt irgendwas grösser höhlenteil etwas breitere höhle ich schmeiß mal eine fackel oder nehmen wir nicht irgendwas vorsicht davor und ist was links links am boden dann eventuell meine abhängig sehen was zum henker es fällt ganz klein wie die dinge die ich von bei dark space nicht bleiben konnte alter junge wo ist es wo ist es Vorsicht, da kommt noch welche. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Vorsicht. Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hast du den weggetreten, Mann? Wow, der lebt noch. Okay, 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 okay. Zombie-Babys, echt jetzt, das musste sein, ja? Ja, die Zombie-Babys mussten sein, ich fürchte, ich fürchte, ja. Ich dachte mir, da kriecht irgendwas und dann war ich etwas angewidert danach und dann war ich völlig irritiert. Dann fehlt eigentlich nur noch als nächstes eine richtige, saftige Riesenspinne, dann laufe ich rei und weg. Dann, dann ragequitte ich einfach, ja, einfach so. Da kommt irgendwas Größeres, glaube ich. Irgendwas habe ich gehört, irgendwas ist aufgestanden. Vor uns. Scheiße, Mann. Es ist finster wie die Nacht. Markus, danke schön. Babyfußball. Babyfußball, danke. Danke für diesen Kommentar. Ja, genau, genau. Ja, danke, danke. Das wollte ich als Bild im Kopf haben. Irgendwas höre ich da. Da ist irgendwas vor uns. Irgendwas ist da ganz, ganz groß vor uns. Da klingt vor allem irgendwas. Oh. Da hängt nur an. Entschuldigung, Sie. Wo geht es denn jetzt zum nächsten Magis? Oh, der hat sich wohl auch ge... Der hat eine Waffe. Stun Gun. Yippie, aye, aye. Oh, ich fühle mich mächtig. Oder auf dem Boden liegt eine Flasche Wodka drauf. Ja, ich habe auch... Habe ich gelootet. Ja, und jetzt? Oh, da hängt noch irgendwas weiter. Warte mal, jetzt muss ich vielleicht... Haben wir Ladungen für das Ding oder haben wir da keine Ladungen für? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, ich habe eine Z für einen Molotow. Also ich habe... Ich habe irgendwas... Ich weiß nicht, ob die unendlich nutzbar sind. Äh... Vorsicht. Also es gibt keine wie auch immer geartete Munitionsanzeige zu dem Ding. Nee. Ich habe gerade mal getrosselt. Man kann dann reloaden. Ist hier irgendwo sonst noch irgendwas? Äh... Zappes? Ja. Guck mal hierher. Ich sehe das. Was ist das? Oh, 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 oh. Dahinter ist irgendwas Größeres. Nee, 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 nee. Kann ich da mal bitte hin? Ja, geh mal dahin. Aber da ist gerade irgendwas ganz Großes weggelaufen von. Warte mal, ich rüste mal die Stun Gun aus. Wo ist denn die? Da bin ich auch gerade in der Hand. Das war gerade so wie... Oha! Der ist ja hässlich. Ja, ja, ja. Ganz unangenehmes Teil, ne? Und... Stun Gun... Ja, er ist ne Riesenkröte. Also, die Stun Gun ist definitiv ne Einfluss, dann Waffe wechseln und was anderes nehmen. Waffe, weil der Reload dauert ein Jahr. Einfluss, dann Reload... Wo ist denn die? Da, da ist die. In dem schwarzen Koffer. Äh, dann mach ich die mal auf die Acht. Irgendwie ist das Zielen ohne Fahrtenkreuz jetzt auch nicht ganz so einfach. Nee, nee. Aber ist mit dem Bogen schon so blöd. Lass mich raten, da wo das hingeht, führt das zu dem Viech, das da ist. Ich hab die Befürchtung, dass du recht haben könntest. Okay, ich glaub, wir müssen weitergehen. Ich glaub, das wird dann an der Stelle nix. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil das kommt direkt herhinter, ne? Oh my. Aber hier, der Durchgang sieht so aus, als wäre der potenziell für das Feucht zu eng. Also, eventuell kann man... Nee, da ist nix mehr. ...wenn's an Kalt neigeht, äh... Da ist nix mehr. Hier wird's gar nicht weiter. War's das etwa? Wollen uns die Spielemascher nur drauf hinweisen, dass hier noch ganz blöde Viecher kommen? Aber der kommt doch da nicht durch, oder? Nee. Nee, auf keinen Fall. Das ist auf jeden Fall... Das ist wie so eine Art... Wandregal. Komisch. Als wenn nicht kommt man da von irgendwo anders aus mal hin. Ich seh hier nix mehr. Hier ist auch nix mehr, oder? Äh... Äh... Hier hängt an der Decke ne Lederjacke. Da, wo ich spiele. Ah! Lederjacke. Nice. Guck mal. Lederjacke? Oh ja, jetzt hab ich ne Leatherjacket und ne Tactical West. Ist die besser, die Lederjacke? Also auf jeden Fall schützt sie besser vor Regen. Feuer und Bequemlichkeit scheinen dasselbe zu sein, wie bei der Tactical West. Also Lederjacke an. Lederjacke an. Geil. Hey, du schaust das... Ja, geil! 100 Punkte. Wuhu! Ja, okay. Wenn's hier nicht mehr weitergeht. Sabarinio. Lass uns die Baby... Babys hier vergessen, ja? Und nie mehr drüber reden. Weißt du, was jetzt auch passiert ist so nebenbei? Was denn? Wir haben die Channelwette gewonnen. Stimmt! Aber noch sind wir nicht raus. Noch sind wir nicht raus. Ja, gut. Okay, äh... Die Lederjacke könnt ihr auch Kelvin geben. Dann sieht er aus wie ein 399 Terminator. Geil. Was? Ich würd's dir da Schneckele geben. Ich glaub, die Arme fliert immer. Ja, also mit dem Badeanzug so, weißt du? Im Winter. Ja, ja. Warte mal, ich geh mal ein bisschen schneller hier durch. Ich glaub nicht... Also ich... Ich hoffe nicht, dass da noch was kommt. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin halt voll der Schisser. Ja? Puh. Puh. Ich hab immer Angst, dass die in die nächste Gruppe reinrennen. Ja, also ich glaube nicht, dass die hier tatsächlich respawnen, solange wir noch im Game sind. Ja. Dankeschön, Floim. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Fledermäuse, was kann da schon passieren? Okay. Ich bin vorne, bist du hinter mir? Ich bin direkt hinter dir. Ich war nur mit der Ausdauer durch und konnte gerade im Moment hier nicht reden. Kann man eigentlich hier Wasser trinken? Ich weiß nicht, ob ich das will, aber kann man.